Ja, 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 ja. Hallo Clara. Na, bist du soweit? Hast du noch eine Quarkmaske gemacht? Ja. Ja? Aber sag mal, was ist denn da oben? Ach Gott, du bist ja ganz rot. Sag mal, warst du wieder auf der Sonnenbank? Übertreib doch nicht. Ich war nur kurz auf der Bank. Weißt du, wie gefährlich das ist? Ist doch nur ein leichter Sonnenband. Der ist morgen wieder weg. Der ist nicht morgen weg. Übrigens, warum hast du den dicken Pulli an? Sag mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Die Hand ist ja auch ganz verbrannt. Weißt du, wie gefährlich das ist? Übertreib nicht, das ist morgen wieder weg. Mein Gott. Ich hoffe, du hast die Schminke drunter weggemacht. Du weißt, dass das nicht gut ist. Aber gut ist ja, dass du dich heute für Oma eher nach 80. Geburtstag nicht dick schminken musst. Ist sowieso nicht angebracht. Ganz ehrlich, eigentlich habe ich den Geburtstag ein bisschen verpennt. Wie bitte? Ich habe auch gar keinen Bock, mich da voll zu fressen und mir meine Figur komplett kaputt zu machen. Lieber gehe ich mit dem Olli ins Fitnessstudio und mach was für meine Figur. Weißt du was? Du bist ins Fitnessstudio. So verbrannt. Hast Omas Geburtstag vergessen. Geht's noch? Wir haben den seit Wochen geplant. Ist doch nicht dein Ernst. Wie soll ich ihr das erklären? Weißt du, enttäuscht Oma ist. Du bist früher so gerne immer mitgekommen auf diese Familienfeste. Mama übertreibt doch jetzt nicht. Und Sport kannst du nicht machen in deinem Outfit. Mit deiner roten Haut. Ja, die Mutter hat hier schon den richtigen Instinkt, das richtige Gefühl. Viele Jugendliche unterschätzen die Gefahr bei langen Sonnenbädern und den sich entwickelnden Sonnenbränden. Es ist sehr gefährlich und deswegen hat die Mutter hier recht und reagiert auch richtig. Du gehst kaputt. Du siehst aus wie ein Hummer, Krebsrot. Lass mal meine Sorge sein. Nur weil du deine besten Jahre hinter dir hast und nichts für dein Aussehen machst, brauchst du jetzt nicht an mir rumzemeckern. Weißt du was? Du machst ja nur noch was mit diesem Olli. Deine Familie ist dir doch völlig egal mittlerweile. Guck mal, wie du aussiehst. Wie Barbie. Wie eine verkohlte Barbie im Moment. Also ich erklär das deiner Oma nicht. Kannst du dann selber machen. Ja. Ich kann Clara echt nicht mehr verstehen. Mensch, wir haben uns früher so gut verstanden. Sie hat mir alles erzählt. Jetzt seitdem die mit diesem Olli zusammen ist, macht die ja gar nichts mehr mit der Familie zusammen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich da noch tun kann. Mein Gott, wo bleibst du denn? Wie siehst du überhaupt aus? Willst du, dass ich dich so mit ins Studio nehme oder was? Ja, ich habe mir doch was dabei überdacht. Siehst aus wie ein Mann. Ich wollte doch heute viel Kalorien verbrennen, damit ich was für meine Figur tue. Ein bisschen Kalorien verbrennen. Vielleicht können wir ein bisschen Kalorien verbrennen. Vor dem Training auf der Rückbank, oder? Vielleicht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Mitten auf der Straße. Hast du ein Problem damit, oder was? Komm, schieb ab. Bewegt den Arsch, steck. Soll ich nachhelfen? Meiner Stress. Hey, Olli, alter Kämpfer. Hey. Wie geht's? Ja, das wird. Na, irgendwo läuft sie immer spaßig da, ne? Oh, Papa, sei doch nicht schon wieder so peinlich. Sei doch nicht peinlich. Sag mal, wie sieht's heute Abend aus? Bei Oma, 80. Geburtstag, kommst du auch vorbei? Sehst du aus, oder was? Meinst du, ich hab Bock auf so ein paar alte Schachteln, oder was? Ich hab doch deine Tochter. Ha! Cooler Typ, immer lustig. Gefällt mir. Okay, dann macht euch einen schönen Tag, ne? Komm, wir müssen. Ja, Papa, geh mal bitte rein. Wirklich. Klar, Oma ist 80. und Zeit mit der Familie verbringen. Der Richard ist so ein Spacko. Ich will deine Tochter doch nicht gleich heiraten. Ab fünf. Vier. Gib mal Mühe, Mann. Richtig raus, Kara. Drei. Und drei. Saubermachen. Drei. Komm, gib doch mal Gas. Zwei. Olli, ich kann nicht mehr. Ist dein Ernst jetzt? Mein Kreislauf hier ist so warm. Und ich hab heute so wenig gegessen. Mir geht's echt nicht gut. Können wir das Training für heute nicht beenden? Ich hab dir schon ein paar Mal gesagt, du sollst vor deinem Training essen. Ist das dein Ernst jetzt? Willst du jetzt mittendrin einfach aufhören? Mir geht's halt echt nicht gut. Mein Gott, ey. Dir ist schon klar, dass du meine Freundin bist? Ja. Dass das mein Studio ist? Ja? Weißt du, wie das aussieht, wenn ich so eine kleine, dicke Freundin hab? Das ist nicht okay. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Das heißt, ich... Hi. Na, alles klar bei dir? Ja, hey. Wie geht's dir? Super, und dir? Auch. Hast du vielleicht was mit mir, was zu trinken? So, ganz alleine? Ein bisschen privat? Ich bin noch mitten im Training, aber... Andermal vielleicht. Oder vielleicht Personal Training oder so, die Tage? Gerne, klar. Machen wir einen Termin aus. Mhm. Okay. Schön. Äh... Kannst du mir mal erklären, wer die Tussi grad war? Kundin? Wie Kundin? Guck doch mal, wie ihr geflirtet habt. Hast du sie noch alle? Ich hab ganz normal mit ihr geredet, aus einer Kundin. Was soll ich denn machen? Kundes König bei mir, weißt du doch. Olli verleugnet hier Klara, seine Freundin. Tut so, als wäre sie gar nicht da. Und das lässt tief blicken auf die Partnerschaft, die die beiden haben. Und dass er vielleicht nicht so echte Gefühle für sie hat, wie er tut. Auf, komm. Von mir jetzt noch ein bisschen. Richtig, komm. Jawohl. Ich versteh gar nicht, was diese Lydia von meinem Olli will. Und warum hat er mich eigentlich nicht als seine Freundin vorgestellt? Ach nee. Wen haben wir denn da? Da scheißest du denn aus. Misch dich doch nicht in meine Angelegenheit. Ekelhaft. Ganz ehrlich, ich glaub, ich sollte mal dem Olli Bescheid geben. Nicht, dass du dem hier noch die Peste in den Laden holst. Übertreib mal nicht. Misch Olli nicht damit ein. Olli? Hast du ein Problem mit dem, oder was? Olli und ich sind zusammen und wir sind glücklich. Du mit dem zusammen? Mietchen, komm weiter. Warum sollst du der Olli dich nehmen, wenn er mich haben kann, okay? Guck dich mal an. Aber warte mal. Ich kenn dich doch. Du bist doch diese fette Sau, die die ganze Zeit den Olli angehimmelt hat den ganzen Tag. Du trainierst doch hier schon länger. Übertreib doch nichts. Ja, was übertreib nicht? Mädchen, guck mal. Ganz ehrlich. Der Olli hier steht eh nur auf große Brüste, okay? Ähm, hallo. Ich hab ja wohl größere Brüste als du. Ja, das mag wohl sein, aber dafür hab ich andere Qualitäten. Ja, ist klar. Auf jeden Fall. Guck mal. Ganz ehrlich. Du wirst am Ende sehen, wer von uns beiden Olli klar macht, okay? Und jetzt reden wir mit meiner Hand. Na und? Da war ich halt mal ein bisschen pummelig. Aber ich hab ja auch was dagegen getan. Und der Olli liebt mich. Da bin ich mir ganz sicher. Was ist das denn? Hey, was denn mit dir? Soll ich dich einfahren oder was? Ja, ich dachte wir machen uns einen schönen Nachmittag. Du musst wissen, Fahrservice gehört zu meinen Diensten als Personal Trainer dazu. Also den kannst du gerne in Anspruch nehmen. Ja klar, warum nicht? Schön. Was denn? Fahrservice? Willst du mich gerade komplett verarschen? Wieso denn verarschen? Außerdem, wie lange warte ich eigentlich schon auf dich? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Meinst du, ich hätte nichts besseres zu tun oder was? Warte mal, sie hat glaube ich ein kleines Problem. Wie Problem? Gehen wir jetzt vielleicht einfach mal bitte los? Ich hab gar keinen Bock weiter mit dieser Tosse hier rumzustehen. Hey, 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 hey. Passe mal ein bisschen auf. Das ist eine Kundin von mir. Nimm dich mal ein bisschen zusammen. Guck mal, wie du mit den Leuten redest. Ja, du berät. Mein Gott, ey. Ja, pass auf. Ich ruf dich an. Wir trainieren zusammen. Wir haben abgemacht. Ich sehe, ihr habt ein größeres Problemchen. Ich warte auf deinen Anruf, okay? Ich melde mich. Wir müssen jetzt mal reden. Das ist eine Kundin. Nimm dich mal ein bisschen zurück. Ich bin Geschäftsmann. Was denkst du denn, wenn ich mit allen Kunden so reden würde? Oder du, besser gesagt. Hab ich keinen Bock drauf. Deine Aufgabe ist es, schön auszusehen und den Mund zu halten. Und gut ist. Ganz klar. Olli reduziert Clara nur auf ihr Äußeres. Und das sollte sie sich nicht gefallen lassen. In einer Partnerschaft ist es wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert und wertschätzt. Und solche Dinge dürfen da einfach nicht passieren. Bist du vom Dummheitsbaum gefallen oder was los mit dir? Es tut mir leid. Ich habe mich nur darüber aufgeregt. Ich wollte einfach eine schöne Zeit mit dir verbringen. Und sie hat es halt einfach genervt. Hast du ihr den Körper mal angeguckt? Hast du gesehen, wie sie aussieht? Hammer. Sie trainiert wenigstens richtig. Nicht so wie du. Kannst dir eine Scheibe von abschneiden? Ich habe keinen Bock auf so eine speckige Freundin. Ihr habt eine tolle Figur. Ach und ich nicht, oder was? Können es schon ein bisschen mehr haben. Ich habe doch viel mehr als sie. Ja, aber sie zeigt es wenigstens richtig. Außerdem hat sie ganz andere Attribute. Egal. Komm, lass uns. Hi. Hallo, Papa. Guck mal, ich muss dir was zeigen. Was? Habe ich mir heute stechen lassen. Schön, ne? Oh, Maus. Tut das ja nicht weh? Zeig mal. Das tut doch nicht doll weh. Das sind doch Nerven. Ja, aber trotzdem. Papa. Mensch, ihr Jungen-Rotze. Sieht doch so schön aus, oder nicht? Was ihr Jungen-Rotze immer daran schön finde, ich verstehe das alles nicht. Lydia. Hi. Läuft. Wie läuft immer. Schön, ich sehe es. Ich wurde schon lange nicht mehr so gut trainiert. Soll ich dich ein bisschen härterer nehmen? Mach doch mal. Das kann nicht hart genug sein. Da vorne an das Gerät? Mhm. Hör mal aus. Wir müssen mal sprechen miteinander. Ja. Ähm. Ich habe mit Mama gesprochen. Erstens, äh, verspricht es in Zukunft, mehr für dich da zu sein. Oh, das heißt, ich kriege endlich meine Brust-OP. Zu dir zu stehen, auch für deine Sorgen da zu sein. Ja. Und wo wir da gerade beim Thema sind mit deinen Brüsten. Sie ist ja nicht ganz so einverstanden mit. Hä? Wieso denn das jetzt? Du hast doch versprochen, dass ich die kriege und jetzt nicht, oder was? Clara, ich habe dir nicht versprochen, dass du die Brüste bekommst. Ich habe versprochen, dass ich mit Mama spreche. Papa, Papa, das kannst du mir jetzt nicht antun. Ich habe das dem Olli doch schon gesagt, dass ich jetzt eine Brust-OP komme. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn auf einmal doch nicht? Clara ist mittlerweile so fixiert darauf, ihrem Freund zu gefallen, dass das ein Fass ohne Boden werden kann. Erst lässt sie sich die Brüste vergrößern, dann vielleicht die Nase verkleinern und wer weiß was sonst noch alles und hier muss der Vater spätestens reagieren und seine Tochter ernsthaft um ein Gespräch bitten. Schatz, bei solchen Summen hat die Mama nun mal das Mitspracherecht. Und Mama sagt auch, dass die Gesundheit vorgeht. Mann, du bist doch noch jung. Du brauchst keine großen Brüste. Aber Papa, ich bin doch volljährig. Wofür brauche ich denn noch das Einverständnis von Mama? Das kannst du doch einfach bezahlen. Nein, das kann ich nicht einfach so bezahlen. Papa, Papa, bitte. Tu mir doch den Gefallen. Hör auf, mir mit deinen Augen so anzugucken. Ich verspreche dir eins, ich versuche es mir, Mama noch mal zu sprechen, okay? Ja. Aber ich verspreche dir nichts, okay? Danke, Papa. Du machst mir Sorgen. Oh, ich hoffe wohl, dass das klappt. Ich kann es dir nicht versprechen, Maus. Ich versuche es, okay? Komm mal her. Papa kriegt das vielleicht. Ja, ist gut, ja. Okay, Schatz. Krass, mein Papa steht echt unter der Fuchtel von meiner Mutter. Aber bis jetzt hat mir mein Papa noch jeden Wunsch erfüllt. Und garantiert auch diesen. Ich krieg meine neuen Brüste. Sag mal, ob es richtig ist. Ob ich tiefer gehen muss? Wenn du schön tief gehst, dann geht das schön auf den Arsch. Schön tief. Das Training kann nicht hart genug sein. Das Training ist nicht das Einzige, was hart wird. Wenn du so weitermachst, muss man gleich meine Langehanteln benutzen. Ganz ehrlich, ich stehe auf Langehanteln. Ja? Ja. Wenn du Bock hast, ich habe im Büro noch eine ganz große. Ja? Mhm. Wolltest du mir zeigen? Ja. Okay. Zeigst du mir den Weg? Klar. Während Clara noch alles dafür tut, ihrem Olli zu gefallen, hat Olli schon längst die nächste am Start. Und so wie es aussieht, nimmt er die Partnerschaft und Clara überhaupt nicht ernst. Und ich hoffe für Clara, dass sie hier bald den richtigen Blickwinkel hat. Ja. 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 Ja.